Die größte Gefahr in den nächsten Jahren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Das Video heißt Die größte Gefahr in den nächsten Jahren von Breaking Lab. Ich glaube, es geht um das Thema KI. Ein sehr interessantes Thema, was immer spannender wird und sich auch zuspitzt. Und ich bin echt gespannt, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, in den nächsten Jahren schon, nicht mal ein bis fünf Jahren, wird das ganze Thema noch eine heftige Entwicklung annehmen. Und wir werden uns noch umgucken, glaube ich. Weißt du? Viele rechnen nicht damit, wie krass KI werden kann und was man damit alles machen kann. Wie viele Leute ihre Jobs verlieren werden. Wie viele Videos auf einmal rauskommen werden, wo wir denken, das ist echt, aber es ist nicht echt. Also es gibt ganz viele Themen, wo ich sage, KI wird, glaube ich, noch sehr brisant. Ich liebe euch, Freunde. Lasst Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Wir gehen jetzt rein in den Peter. Let's go. Vor einem halben Jahr haben die führenden Expertinnen und Experten vor künstlicher Intelligenz gewarnt. KI wurde als so gefährlich wie Pandemien oder Atomkriege betitelt. Es wird eine... So gefährlich wie Pandemien oder Atomkriege. Aha. ...lösung der Menschheit als mögliches Risiko genannt. Ich konnte mit jemandem sprechen, der diese Warnung unterzeichnet hat. Jossi Matthias, Informatikprofessor und Vice President von Google, der schon seit 14 Jahren bei Google im Bereich künstlicher Intelligenz arbeitet. Er hat mir erklärt, wieso er die Warnung unterzeichnet hat. Und das ist aktuell relevanter als je zuvor, denn dieses Jahr können 4 Milliarden Menschen wählen. So viele wie noch nie zuvor. 4 Milliarden Menschen können wählen, wo wählen? ...informationen können also eine riesige Auswirkung haben. Welche Risiken definitiv mit dem Einsatz von KI einhergehen. Wie groß die aktuelle Bedrohung mit Hinblick auf das Wahljahr 2024 ist und welche Maßnahmen ergriffen werden können, das sehen wir uns heute an. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Aber man wählt ja, wählt man schon digital, nee, ne? Man wählt doch immer noch offiziell in der Wahlkabine, oder nicht? Aber die Auszählung wird, glaube ich, dann mit KI stattfinden, dieses Mal. Und dann wissen wir ja, also, was haben wir letztens gehört? Im Video gestern war das, glaube ich, ne? Dass es nicht darauf ankommt, wer wählen geht, sondern wer die Stimmen auszählt. Schon wahres Statement auf jeden Fall. Los geht's. Dieses Jahr finden 70 Wahlen statt. Fast 4 Milliarden Menschen... 70 Wahlen. ...wenn 2024 überall in der Welt wählen. Gleichzeitig wird im Global Risk Report, der die schwerwiegendsten Risiken für die Menschheit untersucht, die Gefahr von Fehl- und Desinformation als höchstes Risiko für die Menschheit in den nächsten zwei Jahren eingeschätzt. Fehl- und Desinformation... Aber das Kranke dabei ist, der meint jetzt nicht die Fehl- und Desinformationen von den offiziellen Medien, sondern die Fehl- und Desinformationen von mir zum Beispiel. Die eingeschränkt werden soll. Was ja nichts mit Fehl- und Desinformationen zu tun hat, sondern mit Wahrheit suchen. Und wir sollen halt die Wahrheit nicht wissen, deswegen wird das als Desinformationen bezeichnet. Aber die eigentlichen Spreader von Desinformationen und Fehl-Informationen sind die offiziellen Kanäle, öffentlich-rechtliche etc. pp. Gerade durch groß angelegte Modelle von künstlicher Intelligenz ist die Zunahme von gefälschten Informationen und synthetischen Inhalten stark angestiegen. Synthetische Inhalte sind zum Beispiel Stimmklone, gefälschte Websites, Deepfakes oder Fotos und Videos, die eben künstlich erstellt wurden. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es nur auf einer Seite stattfinden wird. Ich denke mal, es wird auf beiden Seiten stattfinden. Weißt du? Also egal auf welcher Seite. Sowohl die Mainstream-Leute und die Regierungen und so werden sich das zunutze machen und Fehl- und Desinformationen spreaden. Und der ein oder andere Hacker-Kandidat wird das natürlich auch für sich nutzen und irgendwas spreaden. Oder irgendwelche Leute, die Geld machen wollen. Aber es wird von allen Menschen natürlich genutzt. zum Aussterben des Menschen führen können, würde man wahrscheinlich nicht... Schon ganz früh gesagt, glaub mir mal, es wird so einfach möglich sein, irgendwelche Videos an den Start zu bringen, wo jemand da sitzt und ein Statement raushaut, was er gar nicht rausgehauen hat. Und es sieht so aus, als ob er das Statement gerade wirklich rausgehauen hat. Das wird ganz krank werden. Also die werden das auch ganz einfach machen können, wenn jetzt zum Beispiel einer ein bisschen aus der Reihe tanzt, wie ich zum Beispiel. Dann werden die ganz schnell irgendwie irgendwas kreieren können, damit ich dann in den Knast komme oder so. Wenn die mich weghaben wollen. Weißt du? Direkt annehmen. Aber so wurde es formuliert. Die haben tatsächlich geschrieben, die Minderung des Risikos des Aussterbens durch KI sollte neben anderen gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkriegen eine globale Priorität sein. Diesen Satz haben vor einem halben Jahr hunderte KI-Experten und Personen aus dem öffentlichen Leben unterzeichnet. So wie Google-Vice-Präsident Yossi Matthias. Ich habe den Brief unterschrieben, weil ich denke, er ist kraftvoll und es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft Maßnahmen ergreifen. Übersetzt mit KI, Digga, krass. Das hört sich schon real an, ne? Angemessen mit der zunehmenden Macht der KI umzugehen. Crazy, das hört sich auf jeden Fall besser an als diese KI-Videos, die wir uns reingezogen haben teilweise. Und genau diese qualifizierte Auseinandersetzung, die hat eben noch nicht ausreichend stattgefunden, weswegen einige Risiken mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz einhergehen. Bevor wir uns ansehen, welche Risiken KI in Bezug auf das Superwahljahr 2024 mit sich bringt und welche Beispiele es schon gibt, wo Missbrauch von KI stattgefunden hat, sprechen wir über die allgemeinen Risiken von KI. Da KI eine leistungsstarke Technologie ist, müssen wir auf potenzielle Risiken achten und verantwortungsbewusst handeln, wegen böswilliger Akteure oder unbeabsichtigter Folgen. Raph, schließt du dich selbst damit ein? Mal juts, der Google-Mitarbeiter, Vice President, bro. Center of AI Safety, ein Zusammenschluss aus Forscherinnen und Forschern, hat es sich zur Aufgabe gemacht, gesellschaftliche Risiken durch KI zu reduzieren. Sie unterteilen die Risiken in vier Kategorien. Erstens, böswillige Nutzung. Diesen Punkt, den kann man wahrscheinlich nie ausschließen, wenn es um neue Technologien geht. Da gibt es ja auch schon einige Beispiele in der Geschichte. Der Brea, alter geil. Sind Menschen gemeint, die KI nutzen, um Schaden anzurichten? Digga, das sah fresh aus, aber sehr ehrlich hier. Da ist der Papst mir zum ersten Mal sympathisch, fühl die Jacke. Das sind ja auch schon einige Beispiele in der Geschichte. Wenn der noch anfängt zu rappen, Digga, auf Drill, Digga, das wäre jetzt wild. Menschen gemeint, die KI nutzen, um Schaden anzurichten. Als Beispiele werden die Inszenierung von neuen Pandemien, Propaganda, Zensur oder auch Überwachung genannt. Es können aber natürlich auch ganz individuelle und kriminelle Ziele verfolgt werden. Ein Beispiel wäre auch, dass sich durch KI Laien viel leichter Zugang zu Informationen zum Bau von z.B. biologischen oder chemischen Waffen beschaffen können. Als zweiten Punkt wird das KI-Race genannt. KI-Race, das heißt, durch den schnelllebigen Wettbewerb, könnten Nationen oder Unternehmen dazu verleitet werden, die KI-Entwicklung zu beschleunigen und die Kontrolle an die Systeme abzugeben. Das könnte eben dazu führen, dass menschliche Arbeit zu schnell automatisiert wird, was wiederum zu Arbeitslosigkeit und aber auch zu großer Abhängigkeit von KI führen kann. Digga, das kommt safe. Der Schluss von KI auf die Jobs, der hängt mit dem Entwicklungsniveau des Landes zusammen. Also diese Studie vom IMF, die sagt z.B., dass 40% der Beschäftigung von künstlicher Intelligenz betroffen sein werden. Und was vielleicht auf den ersten Blick unerwartet ist... Ja, normal jetzt schon. Passiert jetzt schon. ...wahl lange so getan wurde, als wäre das nicht so, dass KI auch Jobs von Hochqualifizierten übernehmen kann. Und bei... Safe. Irgendwann werden die fast jeden Job übernehmen können. Diese künstlichen Intelligenzen. Die Betroffenheit sogar bei bis zu 60% aller Jobs liegt. Bei Schwellen- und Entwicklungsländern sind es nur so ca. 26% bis halt 40%. Man muss dazu aber auch sagen, dass Industrieländer im Endeffekt mehr durch KI profitieren können. Denn Jobs werden nicht immer ersetzt, sondern gegebenenfalls auch nur durch KI ergänzt. Und die Jobs, die durch KI ergänzt werden, die werden produktiver und somit auch besser bezahlt. Nein, das stimmt nicht. Besser bezahlt ist einfach Schwachsinn. Wie viel produktiver sind wir geworden im Vergleich zu den 60ern z.B.? 40er Jahre, 50er Jahre so. Wir sind extrem viel produktiver geworden und verdienen viel weniger Geld. Wenn du jetzt guckst, wie viel das Geld wert hat auch. Damals konnte ein Mann noch mit einem normalen Job, der konnte Postbote sein und seine Familie damit ernähren. Seine Frau hat nicht unbedingt arbeiten gehen müssen. Und wir sind extrem viel produktiver geworden, aber verdienen im Endeffekt weniger Geld. Also, das stimmt nicht. Die nächste industrielle Revolution wird nicht dafür sorgen, dass die Menschen mehr Geld verdienen. Im Gegenteil. In der Theorie. Insgesamt ist die Befürchtung, dass KI... In der Theorie hat er noch gesagt. Ja, stimmt halt nicht. Haben wir uns mal ein Video drüber reingezogen. Mit den Wochentagen. ...dass sich Einkommensungleichheiten weiter steigern. Die Schere zwischen Arm und Reich... Irgendwann hat jeder seinen Roboter, der arbeiten geht für dich dann. Scheiße, Bro. Ich will keinen Roboter. ...durch KI natürlich weiter ausgebaut. Das dritte Risiko sind organisatorische Risiken. Der Profit von Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln, der könnte über die Sicherheit gestellt werden und so könnten Unfälle verursacht werden. Wenn die Sicherheitsvorkehrungen nicht ernst genommen werden oder zu wenig Zeit und Geld rein investiert wird, könnten KIs an die Öffentlichkeit gelangen oder gestohlen werden, um damit böswillige Ziele zu verfolgen. Und das letzte Risiko, Risiko Nummer 4, da geht es um die KI an sich. Eigenständige KI. Also Menschen könnten die Kontrolle verlieren, wenn KIs leistungsfähiger werden. KIs könnten fehlerhaft werden, von den Zielen abweichen, Täuschung betreiben und dabei sogar machthungrig werden. Je nachdem, wo die KI eingesetzt wird, kann das natürlich wirklich krasse Folgen haben. Wenn man die... Die haben uns ja mit Filmen schon darauf vorbereitet, ne? Wie Deus gerade sagt, Terminator etc. pp. Kennen wir ja alles schon. Die Genutzung von KI... Wird es auch so Kombis geben. Es wird ja so halb Mensch, halb Roboter Kombis geben. Safe. So. Wo wir uns dann mit KI und mit den Dingen verknüpfen. So Chip im Gehirn. Irgendwelche Genitalien. Also so... Nicht Genitalien. Wie sagt man? So Arme, Beine und so. Halt irgendwelche Körperteile ersetzt und so stärker gemacht. Mit irgendwelchen Roboteranzügen und so. Das wird wild. Politisch. Genitalien vielleicht auch. Wer weiß. Wird Zwecke bezieht, dann könnten... ...Ki nutzen, um bürgerliche Freiheiten zu verletzen. Extremitäten. ...Informationen zu verbreiten und abweichende Meinungen zu unterdrücken. Und genau dieses Risiko, das führt uns jetzt zu dem nächsten Punkt, nämlich welche Auswirkungen die KI, die im Moment ja noch nicht staatlich reguliert ist, auf das Superwahljahr haben. Gliedmaßen, Digga, so. Das wollte ich eigentlich, das Wort Gliedmaßen, Digga. Das muss man erstmal sagen. Wenn du ein Geschäftsführer bist, dann animierte Explainer-Videos sind die beste Weise, die Aufmerksamkeit zu verbreiten. Das ist krass. ...Wenn du mehr Followern zu verbreiten und mehr Zellen zu verbreiten. Digga, du kannst einfach... Das ist krass, Mann, Alter. Heutzutage, wie viele KI-Kanäle gibt's, wo nur Videos kommen mit KI-Stimme und KI-Animationen und so und die machen... Es gibt KI-Youtuber mittlerweile, wo einfach ein Nerd hinten dran sitzt, der nicht reden kann vor Kamera und einfach KI nutzt. Ich meine, ey, so, ey, deine Message kommt rüber, ist geil, wenn du eine gute Message hast und so. Cool, Digga, weißt du, aber es ist crazy einfach. Es gibt Onlyfans-Creatorin. KI. Es gibt Social Media, es gibt Mädels auf Social Media, Digga, die haben Sponsoren und so. Also keine Mädels, da steckt ein ganzes Team dahinter, wo einfach nur KI-Bilder hochgeladen werden. KI-Pornos, KI-Nacktfotos und so und die machen Cash, Bro. Die machen Cash. Mehr Cash als manche nomade Frauen. Fuck, Digga, das ist so... Das wird dann noch einfach, weißt du, die Hemmschwelle ist dann noch geringer, wenn ein Mädel sich denkt, ich verkaufe einfach mich als KI gemacht, nackt, und muss mich dann eigentlich nicht selber ausziehen und mach dann Cash. Digga. Das spätestens seit den amerikanischen Wahlen 2016 bekannt ist, dass der Einfluss von Social Media Plattformen auf den Wahlkampf und die Wahlen immer größer wird. Damals hatte Russland zusammen mit einer Agentur gezielt Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Trolle auf Facebook verbreitet. Russland, ja? Das ist schon ein harter NPC-Kanal, ja? Um Trump zu unterstützen und den Demokraten zu... Russland war das. Irgendwelche russischen Hacker waren das, die Trump unterstützen wollten. Aha, okay. Facebook oder andere Social Media Plattformen, die hatten noch keine Regulierung, um auf politische Meinungsmache und Fake News zu reagieren. Für die US-Wahl 2020... Der Cousin ist voll auf Linie, ja? ...waren alle sehr besorgt über den Einfluss von sozialen Medien, worauf dann Facebook und Twitter ihre Regulierung geändert haben. Zuckerberg schrieb damals, die Wahl, die wird nicht sein wie jeder andere. Wir müssen alle Verantwortung übernehmen, um die Demokratie zu schützen. Die Demokratie wird zu schützen, Zuckerberg, ja? Digga, doch auf, Bro. ...werbung, die sollte deswegen kenntlicher gemacht werden und nur von authentischen Akteuren ausgespielt werden. Außerdem sollten alle Inhalte verborgen werden, die irreguläre, intransparente und illegale... Was ist denn mit dem Fakt bei der Wahl, wo Joe Biden gewonnen hat, dass der Laptop von Joe Bidens Sohn gefunden wurde und die New York Times davon berichtet hat und dann auf Twitter gebannt wurde? Das ist ein offizieller Nachrichtensender, Digga, wurde gebannt, weil er darüber berichtet hat, so. Das wurde also extra unterdrückt, damit die Leute das nicht erfahren und schön den Biden-Maniak wählen, so. Erzähl doch das auch mal. ...Ihm Einfluss auf die Wahl nehmen konnten. Das klappte allerdings auch nur bedingt. Also viele strukturelle Probleme von Plattformen... Bro, übrigens, du hast da Bienen auf deinem Polora. ...Kontext sind geblieben. Als kleines Beispiel, wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle an die Tweets von Trump. Nach einiger Zeit kennzeichnete Twitter die Beiträge von Trump oder hat sie verborgen, wenn sie zum Beispiel gegen Regeln der Gewaltverherrlichung verstoßen haben. Aha, okay. Bis er dann am 9. Der stellt es als positiv, Digga, diese Einflussnahme vom Staat auf die ganzen Social-Media-Geschichten so. Dass sie einfach das sperren, wo die sagen, nee, das entspricht jetzt gerade nicht dem Narrativ, das fühlen wir jetzt nicht so. Wenn jemand gegen Covid, sogar ein ehemaliger FDA-Mitarbeiter, ein offizieller Typ, der bei Harvard studiert hat, hat damals gegen die Corona-Maßnahmen oder gegen die Impfung sich ausgesprochen und wurde dafür dann gesperrt. Beziehungsweise eingeschränkt so. Ist das gut, sagst du, ja? ...Januar 2021 ganz gesperrt wurde. Obwohl Trump die gleichen Tweets auf Facebook ausgespielt hat, hat Facebook hier nicht gehandelt. Er wurde komplett gesperrt, bis Elon übernommen hat. ...keine Kennzeichnung eingerichtet. Ein weiteres Phänomen, was viele kritisieren, ist die Personalisierung, die in den sozialen Medien stattfindet. Als Präsident, muss man überlegen. Also im persönlichen Newsfeed werden nur Inhalte angezeigt, die der eigenen politischen Meinung entsprechen. Oder zumindest das, was der Algorithmus denkt, was die eigene Meinung ist. Das kann dann dazu führen, dass die Bevölkerung immer weiter gespalten wird, weil niemand mehr einen anderen Blickwinkel einlässt. Ach nee, Bro. Ach nee. Jetzt natürlich etwas vereinfacht dargestellt, aber tatsächlich... Nimm doch einfach mal Covid-19-Zeit als Beispiel. So, der Großteil der Mainstream, also der normalen Bevölkerung, hat die andere Seite gar nicht gesehen. Die haben gar nicht gehört, dass es Ärzte gibt, offizielle Ärzte, die den Shit studiert haben, die Biologie studiert haben, teilweise Virologie und so. Und gewarnt haben vor der Impfung etc. pp. Aber das haben die normalen Bürger nicht mitbekommen, weil bei Lanz immer nur diese ganzen Systemmarionetten rumgehangen haben. So, weißt du? Ist das ein großes Problem? Die amerikanische Bundeswahlleiterin sagte 2016 auch, dass der schwache Plan von Facebook darauf hindeutet, dass das Unternehmen keine Ahnung hat, wie sehr es der Demokratie schadet. Ein krasser Satz. Und tatsächlich ist es so, dass Facebook auch nach wie vor die meistgenutzte Social-Media-Plattform ist, wenn... Echt? Das ist krass. ...News geht. Eine starke Verantwortung ist... Wer von euch benutzt Facebook 1? ...einentlich da. Wieso ich auf Social-Media im Wahlkampf jetzt relativ ausführlich eingegangen bin, dazu komme ich in mein Fazit. Das wird nochmal wirklich wichtig. Kommen wir jetzt... Social-Media hat einen riesen Einfluss aufs Narrativ heutzutage. Brutal. Social-Media bestimmt zum echt großen Teil, was Menschen denken. Zurück zur KI. Also generell kann man sagen, dass die größten neun Gefahren, die im politischen Wahlkampf durch KIs dazukommen, die Manipulation und Desinformation mithilfe von synthetischen Inhalten sind. Also Inhalte, die durch KI generiert wurden, aber nicht als diese gekennzeichnet sind. Man kann also als Wählerin oder Wähler nicht mehr unterscheiden, was ist real und was nicht. Man kann damit den Ruf der Kandidaten und Kandidatinnen schädigen, die Wählerinnen und Wähler verw- oder eben große Desinformationskampagnen starten, die dann die Leute umstimmen sollen. Damit man sich das besser vorstellen kann, habe ich hier mal vier ziemlich krasse Beispiele, bei denen es so schon zu politischen Manipulationen mithilfe von KI gekommen ist. Also Anfang... Erzähl mal, jetzt bin ich gespannt. Ja, es wurden in New Hampshire 5000 bis zu 25.000 Personen persönlich von Joe Biden angerufen. Also jetzt nicht von ihm selber, es waren Robocalls mit der KI generierten Stimme von Joe Biden. Und die hatten dazu aufgefordert, am Tag der Vorwahlen zu Hause zu bleiben und sich seine Stimme für die Präsidentschaftswahl im November aufzubewahren. Die Absenderinformationen bei den Anrufen, die wurden ebenfalls gefälscht. Es sah aus, als würden sie von einem Komitee von der Demokratischen Partei kommen. Man muss jetzt sagen, dass solche Robocalls eigentlich in den USA ein normales Wahlkampfinstrument ist. Echt? Hier in Deutschland ja eher nicht so. Aber es ist natürlich erstmal illegal, die Anrufe zu fälschen und vor allem auch noch zum Enthalten von Wahlen aufzufordern. Mehrere Politikerinnen und Politiker, die nannten diese Vorwahl tatsächlich auch einen Angriff auf die Demokratie. Aber das ist nur ein Beispiel, es wird noch krasser. Ja, so war Kai bei einer Audioaufnahme. Angriff auf die Demokratie, da kommt mir dieses eine, äh... Da gibt es doch dieses eine Video, Digger. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. War alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. This is extremely dangerous to our democracy, my lieben Freunde. Guck dir das an, Digger. Das geht eigentlich genau ums selbe Thema hier gerade. Fake News Network, bro. Das, da, da, das kommt mir immer in den Kopf, wenn die irgendwas erzählen von, das ist ein extremer, extremer Angriff auf unsere Demokratie. Ihr Schwätzer, ihr seid der Angriff auf unsere Demokratie. Kurz vor der entscheidenden Wahl online gegangen, in der einer der Spitzenkandidaten sagt, dass er die Wahl manipuliert hat und damit sogar noch angibt. Die Aufnahmen, die waren gefälscht und man kann natürlich nicht nachverfolgen, wie sich diese Fake-Aufnahmen auf die Wahlen ausgewirkt haben. Aber solche Desinformationen, die können natürlich verunsichern oder die Meinung beeinflussen. Gerade wenn sie so kurz vor den Wahlen online gehen. In Indonesien, da gibt es wirklich ein ziemlich absurdes Beispiel. Und zwar hat dort ein ehemaliger Militärkommandant, der Verteidigungsminister ist, sich einen süßen Avatar mit KI erstellen lassen. Der Avatar, der ist ein großer Teil seines Wahlkampfes und der wird auf Sweatshirts gedruckt, ist auf Werbetafeln im ganzen Land zu sehen und verbreitet sich tatsächlich gerade auch rasant auf Social-Media-Plattformen. In den Wahlkämpfen davor zeigt er sich als harter Nationalist, womit er aber nicht so gut gefahren ist. Mit seinem niedlichen Cartoon-Avatar, der mit einer Katze kuschelt, liegt er im Moment bei den Umfragen vorne. Auch nicht ungefährlich, wenn sich eine Person selbst so verniedlicht und halt eher zu so einem Disney-Charakter macht. In der echten Welt aber in einer vorherigen... Äh? Wie nicht ungefährlich, was... was? ...diktatur beteiligt war und Vorwürfe im Raum stehen, dass er die Entführung von Demokratieaktivisten angeordnet haben soll. Das letzte Beispiel kommt aus Indien und ist mein absolutes Favorite-Beispiel. Die Aktion, die ist ziemlich skurril, wie ich finde. Also, eine Partei hat für eine Kampagne einen verstorbenen Politiker mit Hilfe von KI in einem Video, zu den Leuten sprechen lassen. Oh, shit. ...video lobt der verstorbene Politiker... Bro, Roos hat dich bei der Matthias-Klemenz-Sache erwähnt. Was findet man Matthias-Klemenz-Sache? Ich bekomme das nicht mit, Diggi. ...den jetzigen Regierungschef von Tamil Nadu, der zufällig auch sein Sohn ist. Der verstorbene Politiker, der war ein beliebter und lange amtierender Abgeordneter in Indien, der in seiner KI-generierten Form schon zum dritten Mal zu den Leuten gesprochen hat. Das waren jetzt alles Beispiele, in denen es vor allem um synthetische Inhalte ging, die absichtlich erstellt wurden, um die... Super gefährlich, mein Juts da. ...da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, Bro. ...eine Meinung zu beeinflussen. Es gibt aber noch eine andere Gefahr. Und der hätte auch mal das posten können, wo Trump zum Beispiel verhaftet wurde, was mit KI erstellt wurde. Du weißt, wie ich meine? Hätten wir mal wirklich echt brisante Sachen rausknallen können hier. Oder diese KI-Voicemails, die von Andrew Tate erstellt wurden. Bro. ...die Falschinformationen mithilfe von KI verbreitet werden, und zwar über die Sprachmodelle, also Anwendungen wie beispielsweise ChatGPT. Algorithm Watch, die sich für Gerechtigkeit in Bezug auf algorithmische Systeme einsetzen, die haben eine Studie veröffentlicht. Rezos Bruder. Mäßig. Studie, die zeigt, dass mit der Suchmaschine Bing, in die ja ChatGPT integriert ist, strukturell falsche Antworten zu Fragen in Bezug auf... Strukturieren, Alter. Ich hab auch ChatGPT noch nie benutzt, ne? ...Kandidatinnen und Kandidaten... Wer von euch hat ChatGPT schon mal benutzt? Eins in den Chat. ...Wahl- und Abstimmungsinformationen zu den Wahlen in Hessen, Bayern und der Schweiz gegeben wurden. Ein Drittel... Some Members of the Media, some Members of the Media... ...Antworten, die waren einfach falsch. Und dann waren da sowas wie falsche Wahldaten, veraltete Kandidatinnen und Kandidaten oder sogar erfundene Skandale über die Person. Selbst bei einer, wie man eigentlich denken könnte, einfach in Frage wie, wer sind die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien bei der Wahl in Hessen 2023, wurde überwiegend falsch beantwortet. Also von 13 Mal wurde die Frage dreimal korrekt beantwortet. Allerdings ohne Angabe für die Linke, obwohl sie im Landtag in Hessen vertreten sind. Und siebenmal gab Bing an, dass Volker Bouffier Spitzenkandidat sei, obwohl er seit 2022 gar nicht mehr in der Politik tätig ist. Es gibt hier zwei entscheidende Unterschiede zu anderen Beispielen. Erstens, die Desinformation, die ist nicht absichtlich erstellt worden, sondern einfach durch ein fehlerhaftes System. Und zweitens, bei der Verbreitung von extra erstellten Inhalten, die falsch sind, liegen meistens noch Instanzen dazwischen. Also zum Beispiel Journalisten, die das Ganze nicht als falsch erkennen und weiterverbreiten. Bei den Sprachmodellen liegt die Verantwortung alleine bei den Nutzerinnen und Nutzern, die Antworten als richtig oder falsch zu bewerten. Und das wird natürlich von vielen kritisiert. In Bezug auf die Risiken von KI müssen wir als Gesellschaft viel Aufmerksamkeit schenken, da KI immer mächtiger wird, insbesondere in der Zukunft, wenn sie möglicherweise mit verschiedenen Systemen verbunden ist, um uns bei der besseren Verwaltung dieser Systeme zu schaffen. Ja, Suke sagt gerade, ich arbeite in letzter Zeit viel mit Daten, also Zahlen etc. Chat-GPT berechnet mir die Sachen, die ich brauche in einer Minute, wofür ich meistens mindestens 30 brauchen würde. Ich bin gespannt, was das auch für eine Auswirkung auf die generelle Intelligenz der Menschen haben wird. Weil du alles ja mit Chat-GPT quasi machen kannst. Ich kann mich noch daran erinnern, unser Mathe-Professor damals im Studium, Wirtschaftsingenieurwesen, hat uns sogar verboten, eine Formelsammlung und einen Taschenrechner zu benutzen. Weil er sagt, nee, wir müssen das so können. Aus dem Kopf mit Blatt Papier und Stift, weißt du, wie ich meine? So. Und ich glaube, das hat schon Vorteile auf die Entwicklung deines Gehirns und wie du Probleme löst und so. Weil wenn du immer diese ganzen Tools nutzt, die wir haben, dann ersetzt du quasi deine Kapazität im Gehirn damit. Und irgendwann benutzt du dein Gehirn gar nicht mehr. Auch zum Beispiel mit Google. So Google Maps zum Beispiel. Oder Dinge Google. Also ich zum Beispiel versuche, Google Maps so selten wie möglich zu benutzen. Meistens nur für einmal. Einen Weg und dann versuche ich mir den zu merken und dann nie wieder Google Maps dafür zu benutzen. Weil wir ersetzen unsere Gehirnkapazität mit diesen ganzen Scheiß-Tools und werden, glaube ich, dadurch auch immer dümmer. Aber dann willst du nicht, dass etwas schief geht. Also denke ich, dass Maßnahmen und Technologien zur Bewältigung solcher Risiken wichtig sind. Such risks? So. Und die Maßnahmen, die Jossi Matthias eben angesprochen hat, die sehen uns jetzt... Ja, Mann. Das nächste Mal einfach Landkarte rausholen. Bruder, wer Baba? Das glaubt mir, Digga. Da wird deine Orientierung auf jeden Fall besser, wenn du Google Maps auf einmal nicht mehr benutzt. Trust me. Du wirst dir Wege auf einmal schneller merken können. Und damit kommen wir zum heutigen großen Aber, was quasi mal andersrum ist. Weil bisher haben wir ja nur von den negativen Auswirkungen von KI gesprochen. Jetzt sehen wir uns mal an, was gemacht werden kann, um gegen diese Auswirkungen vorzugehen. In den USA versucht die Federal Election Commission Regeln für KI aufzustellen. Allerdings werden sie damit wahrscheinlich nicht vor Frühsommer fertig. Also schon weit in den Wahlkampf hinein wird es von der Seite noch keine Regeln geben. Einige Bundesstaaten, die haben aber einfach ihre eigenen Gesetze gemacht. Zum Beispiel Kalifornien, Michigan, Minnesota, Texas und Washington. Das ist halt eine Sache, wo ich ganz klar sagen muss, dass fühle ich in Amerika, dass die Bundesstaaten quasi ihre eigenen Gesetze machen können. Das ist eine sehr gute Geschichte, weil dadurch hast du halt in verschiedenen Bundesstaaten auch komplett verschiedene Gesetze. In fucking Florida musstest du während der Pandemie nicht mal eine Maske tragen. Muss man überlegen. ...Sätze verabschiedet, die sowas wie Deepfakes bei Wahlen regulieren. Das Gesetz von Minnesota zum Beispiel, das macht es zu einem Verbrechen, wenn jemand wissentlich ein Deepfake verbreitet, das darauf abzielt, einem Kandidaten innerhalb von 90 Tagen vor einer Wahl zu schaden. Äh, naja. Jetzt machen die so komische Regeln, Diggi. Danach ist das wieder okay. Naja, es ist halt ein Anfang. Bei über 20 anderen Staaten sind solche Gesetze einfach noch gar nicht vorhanden. Das Weiße Haus, das arbeitet jetzt an einem System, das die Inhalte, die wirklich vom Weißen haben. Der Kelp. ... auch eindeutig kenntlich macht. Florida hat doch bestes Wetter. Ich will in Florida leben, Diggi. Ich fühl das. Nicht nur die Regierung arbeitet an Regulierung, auch einige führende Tech-Konzerne wie Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, TikTok, X, Adobe und auch OpenAI haben sich in einem Abkommen dazu verpflichtet, bei der Bekämpfung von Wahlenmanipulationen durch KI zusammenzuarbeiten. Dazu wollen sie ihre KI... Ähm, die haben mehr Sonne dort, deswegen denken die vernünftiger als der Rest der USA. Ah, Kalifornien hat auch viel Sonne, Diggi, L.A. Und die denken nicht vernünftig, Bro. Die sind eher konservativ halt in Florida, ne? ... nochmal neu bewerten mit Hinblick auf Risiken im Wahlkampfkontext. Also zum Beispiel leitet ChatGPT jetzt häufiger an vertrauenswürdige Quellen weiter, wie zum Beispiel Umfrageinstitute oder Hilfen wie den Wahl-O-Mat. Außerdem wollen sie dabei helfen, das öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, dass auch Falschinformationen verbreitet werden. Mit Journey, eine KI, um sicher Bilder erstellen zu lassen, hat sogar eine Erwägung gezogen, dass für zwölf Monate keine Bilder von Biden oder Trump erstellt werden können. Bisher ist das noch nicht der Fall, also sie haben es noch nicht... Für zwölf Monate dürfen... Jetzt aber mal schauen, was wird. Es wird auch an technischen Lösungen gearbeitet, also Programme, die KI-generierte Inhalte erkennen können. Das funktioniert im Moment bei Bildern schon ganz gut, aber für die... ... ist es nahezu unmöglich. Es wird hier oft von einem Katz-und-Maus-Spiel gesprochen, was natürlich immer wieder Schlupflöcher geben wird, dass eine neue KI nicht durch das Erkennungsprogramm entlarvt werden kann. Es gibt auch Stimmen, die kritisieren, dass die Tech-Branche bei der Identifizierung... Bruv, ich will gar nicht wissen, was das US-Militär und die Geheimdienste schon für eine KIs haben, die wir noch nicht mal zur Verfügung gestellt bekommen haben. Weißt du, wie ich meine? Wer weiß, was wir schon alles für wahr... Also was wir alles schon für wahr erklärt haben oder gedacht haben, das ist real, was gar nicht real ist. Also deren KI ist bestimmt nochmal viel wilder als die, die wir zur Verfügung gestellt bekommen. So wie bei allen Sachen. Damals Internet, Handy, dies, das, blablabla. ... von KI-Inhalten ziemlich im Rückstande ist. Ich weiß, das war jetzt relativ viel Input. Das ist bei so einem großen Thema auch einfach nötig, damit man zumindest ansatzweise den Diskurs abbilden kann. Aber kommen wir doch mal zu einem Fazit. Ich finde, man kann festhalten, dass die größten Befürchtungen, die gerade mit KI und Wahlen einhergehen, die Angst vor Desinformation und Manipulation sind. Und da muss man ganz klar sagen, die gab es schon vorher. Und zwar nicht wenig. Und das ist auch der Grund... Seitdem es Wahlen gibt, werden die gerägt, bro. Seitdem es Wahlen gibt, werden die gefälscht. ...vorhin auch auf die Rolle von sozialen Medien... ... im Wahlkampfkontext eingegangen bin. Denn dieses Problem gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und leider haben da die Regierungen und auch die Unternehmen nicht so richtig aus der Vergangenheit gelernt. Denn auch damals waren sie zu langsam mit entsprechenden Regulierungen. Und das ist auch heute wieder der Fall. Wobei man auch zugeben muss, dass selbst für einen Experten wie Jossi Matthias die Entwicklung überraschend schnell kam. Die meisten Experten für KI hätten vor drei Jahren wahrscheinlich nicht vorhergesagt, wo wir heute mit Sprachmodellen und künstlicher Intelligenz... Digga, das wird so schnell gehen. Also würde ich sehr bescheiden sein, wenn ich versuche vorherzusagen, wie die Dinge in etwa fünf Jahren aussehen und sich entwickeln werden. Du hast im Hintergrund gesehen, Digga. United Nations Climate Change. Dubai, Digga. ...Scheiden sein. Fuck, Bro. ...versuche... Also der Bruder ist auch tief drin auf jeden Fall. ...zu sagen, wie die Dinge in etwa fünf Jahren aussehen und sich entwickeln werden. Was jetzt allerdings durch KI natürlich dazu kommt, ist, dass sich falsche Aussagen, Fake News und so weiter viel leichter mit gefälschten Inhalten stützen lassen. Und dass es leichter ist, viel mehr falsche Informationen zu erstellen. Im Moment liegt die Verantwortung einfach noch mehr bei den Einzelpersonen. Und es ist gleichzeitig noch schwerer, echt von Fake zu unterscheiden. Gerade wenn die Falschinformationen in einem kleineren Maßstab stattfinden, also zum Beispiel lokale Politiker treffen. Dann arbeiten nämlich nicht so viele Instanzen daran, die Echtheit zu überprüfen. Die Medienkompetenz von jedem Einzelnen muss also gesteigert werden. Aber das sollte auf keinen Fall die einzige Maßnahme bleiben. Die EU, die arbeitet gerade am sogenannten AI-Act, in dem viele Regulierungen für KI festgelegt sind. Wieso die Regelungen dort aber noch nicht ausreichend sind und KI-Unternehmen erst gegen den Entwurf protestiert haben und sich dann doch für das Unterzeichnen der EU-Botschafter eingesetzt haben. Das ist mir ein bisschen zu NPC, das Video. Es sind nur noch eine Minute, Digga. Deswegen ziehe ich durch. Aber ja. Das erfahrt ihr im nächsten Video am Dienstag. Also Abo dalassen und Blogger anmachen. Da werde ich mir das Thema nochmal ganz genau anschauen. Tatsächlich wird der AI-Act 2026 in Kraft treten. Und bis dahin ist es umso wichtiger, dass auch die KI-Unternehmen sich verantwortlich zeigen. Was mich in dem Punkt aber positiv stimmt, ist die Tatsache, dass die Unternehmen nicht riskieren wollen, dass KI missbraucht wird und zu einer Bedrohung wird. Weil sie sich noch so viele Verbesserungen davon erhoffen. Der Optimist in mir würde sagen, dass wir durch die Anpassung unserer Erwartungen an Menschen und die Ermutigung zu sehen, wie man das jetzt als ein weiteres, mächtigeres Werkzeug nutzen kann, letztendlich tatsächlich die Fähigkeiten und Intelligenz aller erhöhen werden. Und da gebe ich tatsächlich Matthias erstmal recht. An sich ist KI etwas Neutrales mit guten und mit schlechten Seiten wie fast jede Technologie. Und wir entscheiden, was wir daraus machen. Und er spricht hier noch einen sehr wichtigen Punkt an. Und zwar, man muss den Menschen zeigen, wie sie das nutzen können. Aufklärung ist also ein unfassbar wichtiger Punkt. Und klar ist, dass beispielsweise ChatGPT und Gemini für bestimmte Anwendungen hilfreich sein können. Und auch schon viele richtige und gute Informationen ausspucken. Aber man muss sich auch einfach im Plan darüber sein, dass sie nicht alles korrekt sagen und die Informationen immer hinterfragen. Gerade wenn es um einen aktuellen und politischen Kontext geht, sollte man sich noch bei anderen vertrauenswürdigen Quellen informieren. Aber wofür nutzt ihr denn? Natürlich, Mann. Diese ganze Technologieentwicklung könnte auch gut genutzt werden. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Leute, die die Welt mehr oder weniger in den Händen hat, halt keine positive Entwicklung haben möchte. Die möchten mehr Kontrolle, mehr Macht, mehr Geld. Diese ganzen Sachen so. Und deswegen werden die diese Tools nutzen, um uns noch mehr zu versklaven. Das ist halt das Problem. Meiner Meinung nach so. Aber natürlich gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Ihr in eurem Alltag. Schreibt es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns am Dienstag wieder, wo es dann um den AI-Act geht. Und wenn ihr wollt, ich habe hier mal ein Video gemacht, wie man eigentlich erkennt, was vertrauenswürdige Informationen sind. Wem kannst du trauen, Digga? Merkel, fucking, wie heißt der Typ da? Drosten und noch so ein NPC im Thumbnail. Bruv. Weiß ich jetzt auch nicht, warum wir uns das reingezogen haben. Ich küsse dein Herz. Egal, wir haben es uns auf jeden Fall reingezogen. Lasst einen Daumen und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand es halt sehr NPC-lastig so. Hätte mir ein bisschen mehr Schwurbelei gewünscht. Aber ist what it is. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Bis dahin.